Wir sind hier Müll zusammen zu klauen oder besser gesagt zu Reitenstummen, weil wir finden es einfach blöd, dass alle Leute in eine Station gehen und überhaupt nicht für uns umweltieren und es ist viel gescheiterer, wenn man sich die Zeit nimmt und etwas tut. Schauen wir mal, wieviel es ist, jeder der eine Zigarette hinbekommt, vielleicht maximal 500 Euro. Brauchst du das heimlich? Ja. Super. Jetzt die Mireya und ich frage mich, ob er sich von dieser Aktion haltet, dass die Buben da die Zigarettenstummel und die Kargummi zusammenrahmen? Ja, ich finde das gut, weil es ist fast das gleiche wie für das Klima zu demonstrieren, weil es ist auch für die Umwelt, es ist halt eine andere Art und Weise, sich um die Umwelt zu kümmern. Eine konkretere, oder? Genau. Also es ist eine Umsetzung von dem, was wir eigentlich demonstrieren. Sie machen das so und andere gehen demonstrieren, aber sie dienen es halt in die Tat umsetzen. Situationen ist ja heute zurück. Oh, wir kommen da!